Das Zusammentreffen mit einem Narzissen überlebst du nur, wenn du dich davor hütest. Falls dir diese Warnung zu dramatisch erscheint, ist dieser Beitrag genau das Richtige für dich. Unterschätze niemals die Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit eines Narzissen. Dieser Menschenschlag wird in der Psychologie nicht umsonst zu den antisozialen Persönlichkeitsprofilen gezählt. Außerdem ist er Mitglied im fragwürdigen Club der dunklen Triade. Kreuzt ein Narziss deinen Weg, lauf weg so schnell du kannst. Geht das nicht, dann sorge wenigstens dafür, dass du die folgenden elf Dummheiten keinesfalls mit ihm begehen wirst. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Ihm dein Vertrauen schenken Ein Narzisst wird zu Beginn eurer Bekanntschaft die Liebenswürdigkeit in Person sein. Man fragt dich alles Mögliche zu deinem Leben, deiner Familie und deinen Ambitionen. Doch Vorsicht, das alles dient nur der Recherche. Der Narzisst sucht deine Schwachpunkte und natürlich auch dunkle Geheimnisse, die er früher oder später gegen dich verwenden kann. Nummer 2. Mit ihm streiten oder diskutieren Jedes Kontra wertet ein Narzisst als persönlichen Angriff. Selbst im Rahmen einer vollkommen belanglosen Diskussion solltest du ihm Recht geben und seine Argumente scheinbar teilen. Das hat nichts mit Katzbuckeln zu tun, sondern dient rein deinem Schutz. Widerworte duldet ein Narzisst unter gar keinen Umständen und er merkt sich jeden Menschen, der sich einmal gegen ihn gestellt hat. Nummer 3. Versuchen ihn bloßzustellen Wer dem dagegen einen Narzissen in den Ring steigen will, selbst dann, wenn du dir sicher bist, es mit einem Vertreter dieser düsteren Spezies zu tun zu haben, wirst du nämlich nicht gegen ihn gewinnen können. Drohe ihm ja nicht und blamiere ihn nicht vor anderen. Seine Rache wird vielleicht eine Weile auf sich warten lassen, aber du wirst sie zu spüren bekommen. Verlass dich darauf. Nummer 4. Dich gegen ihn stellen Ein Narzisst lässt nur seine Sache der Dinge gelten und erhält sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. Daher ist ihm jeder ein Dorn im Auge, der seine Großartigkeit und sein Genie nicht anerkennen will. Konfrontierst du ihn direkt, vielleicht sogar auch noch vor Zeugen, kommt das in seinen Augen einer Kriegserklärung gleich. Nummer 5. Eine Beziehung mit ihm eingehen oder eine Familie mit ihm gründen Sobald dir an einer neuen Partnerin oder einem neuen Partner ein paar Dinge seltsam und unangenehm erscheinen, solltest du die Beziehung beenden. Auch Menschen, die keine Freunde und keinerlei Kontakte zu ihren Familien haben, sollten dir suspekt sein. Schafft es jemand dann auch noch, dass du dich sukzessive unwohl fühlst und an deinem Verstand zweifelst, bist du einem Narzissten auf den Leim gegangen. Denke nicht einmal im Traum daran, mit so jemandem den Bund fürs Leben zu schließen oder gar Kinder in die Welt zu setzen. Du bist dann für immer und ewig sein Gefangener. Nummer 6. Dich auf seine Psychospielchen einlassen Ein Narzisst wird nichts unversucht lassen, um dich an deinem Verstand und deinem Urteilsvermögen zweifeln zu lassen. Ständig sorgt er dafür, dass du gegen Wände rennst, leere Kilometer absolvierst und dir eine Panne nach dem Nächsten passiert. Konfrontiere ihn lieber nicht mit der Rolle, die er dabei spielt, wenn deine Welt in Trümmern liegt. Probe stattdessen den Rückzug. Nummer 7. Davon ausgehen, dass du ihn ändern kannst Der einzige Mensch, den du ändern kannst, bist du. Das trifft besonders dann zu, wenn du es mit einem Narzissten zu tun hast. Du würdest kläglich und äußerst schmerzhaft scheitern. Nummer 8. Verantwortungsbewusstsein erwarten Narzissten verstehen es ganz vorzüglich, sich jedweder Verantwortung zu entziehen. Auch ein schlechtes Gewissen oder überhaupt eines wird man vergeblich bei ihnen suchen. Reue kennen sie nicht und Mitgefühl erst recht nicht. Nummer 9. Zulassen, dass er deinen Glauben an dich selbst und an die Liebe zerstört. Wer einmal einem Narzissten zu nahe gekommen ist, sieht die Menschheit ab sofort mit anderen Augen. Es ist auch Jahre später oft noch schwer zu verstehen, was diese Menschen ihresgleichen antun können. Trotzdem darf man es nicht zulassen, dass sie uns für immer in die Isolation treiben oder unseren Glauben an die Liebe zerstören. Gott sei Dank sind nicht alle Menschen Narzissten. Und die Frühbahnzeichen kennt man danach immerhin. Nummer 10. Dich in Sicherheit wähnen Verabschiede Dich sofort von dem Irrglauben, dass Du einem Narzissten die Stirn bieten kannst. Selbst wenn Du Dich für superschlau und gewappnet hältst, Du wirst Dich wundern, wie falsch Du damit liegst. Kein normaler Mensch, der nicht mit antisozialem Verhalten punkten kann, wird jemals einen Narzissten besiegen können. Niemals. Nummer 11. Erwarten, dass Du oder irgendjemand ihm etwas bedeutet Der Menschenschlag der Narzissten ist nicht nur frei von Mitgefühl oder Gewissen. Er kennt so gut wie überhaupt keine Gefühle. Das ist es ja, was ihn so gefährlich und unberechenbar macht. Alle Menschen sind dem Narzissten sowas von egal. Der Einzige, um den er sich kümmert, ist er selbst. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. Unser heutiges Fazit Einen Narzissten zu unterschätzen, ist der Anfang Deines Endes. Diese Warnung würden wir Dir gerne mit noch sehr viel mehr Nachdruck mit auf den Weg geben. Du kannst gegen einen Narzissten nicht gewinnen. Die meisten Menschen können nicht einmal neben ihm bestehen. Er duldet keine Konkurrenz und erst recht keine Kritik. Dieser Menschenschlag entzieht sich jedweder Verantwortung, hat kein Mitgefühl und ist Dir haushoch überlegen. Du wirst so jemanden weder verstehen noch ändern oder rehabilitieren können. Wenn Du ihm nicht entkommen kannst, verhalte Dich still wie ein Beutetier in der Savanne. Sobald Du Dich als Gefahr für ihn outest oder seine Machenschaften enttarnen willst, hast Du einen Todfeind. Glaube einem Narzissten kein Wort und schenk ihm weder Dein Vertrauen noch Deine Liebe. Er wird beides missbrauchen und mit Füßen treten, bis nichts mehr von Dir übrig ist. Er wird nichts unversucht lassen, Dich zu diskreditieren und in den programmierten Wahnsinn zu treiben. Narzissten sind Meister der Manipulationen und Intrige. In ihrer Welt sind sie die uneingeschränkten Herrscher. Wer nicht für sie ist, ist gegen sie und wird bekämpft und terrorisiert bis aufs Blut. Diese Warnung solltest Du ernst nehmen. Gegen einen Narzissten gewinnt nur, wer klug genug ist, nicht mitzuspielen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald! Vielen Dank für's Zuschauen!